hallo zusammen und willkommen zurück zu fallout 4 so wir haben kate geheilt von ihrer abhängigkeit und sind jetzt gerade auf dem weg noch draußen so ist allerdings immer noch montag vor meinem ausflug nämlich das hier aufnehmen das heißt wenn alles gut läuft kommt die folge hier sonntag oder montag je nachdem so jetzt ist allerdings die frage was machen wir es noch abtrünnige roboter wo sind die denn viel zu weit weg da war noch was da war doch noch was oder hat mir nicht hier noch ein auftrag leuchten ist mehr ja warten zufälle machen wir das doch gleich im anschluss es ist gerade in der nähe spazieren wir direkt mal darunter ja geht geht es wieder gut uns geht es gut mir geht es gut so mal gucken was die siedler jetzt sagen haben irgendwie da irgendwelche gute töten wo geht es nicht rein ja du gehörst zu den minute man oder jawohl klar sag mir einfach was los ist eine gruppe wilder ghoul hat sich in der nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die gegend unsicher wenn noch mehr draußen rumlaufen werden sie uns irgendwann überrennen wir brauchen jemanden der sich um sie kümmert sind wurde öfter ein problem mit ein zwei ghoulen werden wir meistens fertig aber mit noch mehr ich bin dran ist so gut wie erledigt ich bin froh wenn ich sie endlich los bin ok guhle ja wie immer ok ich sei nicht gerade um die ecke warum sollten guhle überhaupt hier durch den sucht die durch den sumpf latschen nur weil da paar sie da sind aber na gut was soll's was haben wir hier auf jeden fall und wieso zehle stehen ja überall diese komischen augenbord terminals rum äh dinger stehen immer willkürlich in der gegend rum ich habe keinen plan wieso so dann spazieren wir mal durch den sumpf hier strahlung nicht gut ja ich weiß auch schon genau wo wir hin müssen irgendeine schule wo kommen was da oben steht ja ich habe es gehört alles noch ein stückchen wo jedes noch ganze stückchen nicht mal die hälfte des weges ich glaube ich nehme mal besser eine andere waffe man weiß nie was hier so rum rennt wenn mich alles täuscht laufen hier in der nähe auch irgendwo ja weiß die ausspricht warum diese komischen tollwütigen bären ja da haben wir auch schon ein ja ja wo sogar zwei so der ist weg wo drei und nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut so der ist weg der auch das fleisch vielleicht schon mit kann man dekoration noch davon machen abartige pfiecher da fällt mir gerade ein hier in der nähe ist auch noch eine siedlung die wir für die das war es die railroad genau die railroad übernehmen müssen das könnte man direkt auch noch machen wir hier schon im ecken sind die h-klammer ist ja nicht so dass ich schon mehr als genug h-klammern hätte aber ja egal robust kampfrüstung hannisch linke arm da sind spielplätzen kaputter sondern da vorne ist auch schon unser ziel auch und in und Boah Kann ich da Wachbots Ah Raketen, schön Ja, ist doch nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, dass er da drin ist Aber, hi Was soll's So, irgendwo schießt wieder die Bruderschaft rum So, du bist Nicht tot So, da hinten geht die Post ab Ach ja Genau Oh So, ich würde mal sagen, wir mischen uns nochmal kurz an und helfen in der Bruderschaft Ah, der ist schon tot So, hat er irgendwas tolles verloren Ne, du auch nicht Ah, da stimmt noch einer Oh Cool Oh, ein legendärer Ach, schade Ich würde zu gern wissen, was er hat Mal ganz kurz gucken Huch Hoppala Entschuldigung Mach ich ja normalerweise nicht, aber ich will unbedingt wissen, was er da hat Entschuldigung Entschuldigung Na, das bringt aber nichts, offensichtlich Schade Tod Nee Ach komm, was soll's Ich lass ihn leben Schießt er jetzt auf mich? Nee Ach komm, was soll's Im Eifer des Gefechts Ohohoho, geil Tut mir leid, mein Freund So, gib mir direkt mal den Anzug Und vor allen Dingen das da Ja Äh, ja, ich werde deinen Tod in Ehren halten Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen Na, weißt du, mache ich das ja nicht Verbündete einfach abknallen Aber für so eine schwere Kampfrüstung Tut man einfach alles So, aber genug Unsinn gemacht Jetzt kümmern wir uns um unseren Auftrag Ja Und zwar, wir müssen den Ort von Ghulm freien Da liegt schon der Erste Ohoho Oh je Was man mit Lichtern machen Nicht sehr, gar nichts So Lass es mich wissen, wenn du Munition findest Habe ich gefunden Kate, ich habe Munition gefunden So, was haben wir hier Diese komische Lebensmittelpaste Sammle ich jetzt gar nicht erst ein Überfälliges Buch Hier, wir müssen uns auch Husions-Zellen Schön Sollten wir den ganz gut erstmal finden Blutpaket. Der hat noch Munition. Der auch. Sind der auch. Ja wunderbar. Okay, oben. Das ist schlecht. So, und da hoch komme ich nicht, ne? Ah doch, cool. Geht. Ja. Ich höre die schmatzenden Schritte. Ah, guck mal. Äh, noch nicht. Oh. Haut der mich oder Kate? Ach du Scheiße, was ist mir los? So. Kein Wunder bei diesen Mistviechern. Oh, ich hab mal wieder Bock auf ein richtig cooles Zombiespiel. Cool. Und am besten eins, was ich noch nicht kenne. Was? Was willst du denn jetzt hier? Komm mal ab. Ich hab tatsächlich noch ein Zombiespiel auf dem Lager, was ich noch nicht kenne. Gab's vor kurzem. Gab's vor kurzem. Was mach ich denn? Wieso klatsch ich denn das komische Ding an? Äh, ja. Gab's vor kurzem bei GOG Galaxy umsonst. Dead Light. Directors Cut. Kenne ich auch noch nicht. Will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Oh, ich hab ein Level ab. Sogar zwei. Eiliger Bim Bam. Okay, Intelligenz, Charisma, Stärke. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, hier. Guck mal, das können wir noch machen. Gewehrschütze. So. Und Revolver hält 60% mehr Schaden. Einwandfrei. So, wir müssen aber... Da ist zu. Du bist hoffentlich tot. Jawohl. So. Wie schön. Irgendwo schmatzt schon wieder was. Ah, guck mal. Daneben. So. Kate kommt schon klar. Profi zumindest technisches Dokument. Ja, cool. Dann lohnt es sich ja bald schon wieder zu Britwin zu gehen. So. Ja, toll. Falls sich einer fragt, warum ich hier... Nee, die meiste Zeit ohne Lampe rumrenne. Das liegt einfach daran, dass mir die Lampe zu hell ist. Oh. 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 Oh, nein. Oh, nein. Jetzt aber. So, was ist das denn? Wieso fliegt neben sein Arm hier so komisch die Gegend? Hier drüben. Hier. Jetzt ist Ruhe. Was? Gehen wir noch kurz hier rein? Tada. Ja. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Das Programm PAMP wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Ich werfe nur ungern das sorgfältig verpackte Pausenbrot eurer Mütter weg, aber wir müssen da konsequent sein. Vertraut mir. Ihr werdet euch an den Geschmack der Paste gewöhnen. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass je nach Erfolg des Programms weitere Geschmacksrichtungen folgen werden. Wie aufregend. Das Programm PAMP wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Jegliche beobachtete Nebenwirkung ist definitiv psychosomatischer Natur und könnte durch mangelndes Vertrauen in die Regierung verursacht sein. Denkt daran, die PAMP-Teilnahme hilft nicht nur unserer Schule, sondern langfristig auch unserem Land. Ja, genau. Die gute alte Lebensmittelpampe. Ja, was es damit genau ob sich hört, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Aber es ist wohl so, dass man irgendwie davon süchtig wird oder irgendwie sowas war doch da, glaube ich. Irgendwo im Commonwealth kann man Raider finden, die das Zeug dabei haben und tot irgendwo einfach in der Gegend rumliegen mit einer Notiz. Dass einer von dem Zeug da abhängig ist, glaube ich. Bin mir gerade nicht mal sicher. Ja, und da wird der ganze Scheiß hier hergestellt. Genau. Und die haben hier an der Schule wohl so einen Test gemacht und den Kindern das Pausenbrot weggenommen und dafür diesen Schleim angedreht. So, du bist tot. Ich habe mich gerade umgenietet. Was mache ich denn hier? Ich laufe hier voll wirren dagegen drauf. So. Okay, das ist jetzt zu dunkel. Nehmen wir noch zwei Kronkorken. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um, bevor wir wieder zurückgehen. Okay, hier sind noch ein paar Kuhle. Der ist hoffentlich tot, ja, oder? Ja, der ist tot. Oh. Da hinten ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Ja, da. So. Oh. Hallöchen. So. Pusionskinder haben wir auch gefunden. Super. So, das müsste es jetzt auch gewesen sein hier. Können wir noch mal ganz kurz hier durchwuseln. Ist hier noch irgendwas brauchbares dabei ist. Ne. Warum wohl gar nicht zwei Kronkorken? Oh je. Das wär's. Buff out und right away. Tipp, top. So. Äh. Lohnt sich es da rein zu gehen? Na, gucken wir doch mal. Äh. Das erkläre ich sicher nicht. Ja, ganz genau. Das hat sich schon erledigt. Da komme ich auch nicht durch. Ja. Aber ich glaube, da ist eh nichts drin. Andererseits, da muss was drin sein, wenn die Tür schon so versperrt ist. Ohne Atommine. Das ist gut. Diese Atomgranaten wären wir zwar lieber, aber egal. Davon hätte ich gern irgendwie hunderte. So, ist das ein... Ja. Okay, Kate, komm rein. Nach oben. Nach oben. So, dann machen wir uns wieder vom Acker. Vom Acker. Äh. Wir müssen noch den Weg finden. So, da ging es jetzt hier raus. Ach da. So. Schule sauber. Und wir können wieder zurück. Und unsere Belohnung abholen. Ja. So, und dann... Dürfte ich etwa bei einer halben Stunde liegen. Dann kann ich die Folge auch schon beenden. Bisschen früher heute. Ich muss ja noch im Next Day aufnehmen. Noch ein paar Folgen. Und... Und, 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 und. Ja, Conarium auch. Und dann mal sehen. Vielleicht noch ein bisschen Soma. Mal sehen. Tag hat er noch ein paar Stunden. Hehe. Kate ist da. Jawohl. Das ist doch hier bestimmt wieder ein super Mutanten-Nest, oder? Ja, natürlich. Wir hocken da. Äh. Nein. No, nein, 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 nein. Geh weg. Hau ab. Schneller als du. Schneller als du. Puh. Was ist es mir? Ich war lang nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich zerrechten kann. Wie sitzt du denn hier so faul im Dreck rum? Ist ja eigentlich... Oh, nee. Das hat gerade noch... Oh, nein, nein. Das hat gerade noch gefehlt. Ja, nein. Ich brauche eine Granate. Hier, Plasma. Jawohl. Stimpeg rein. So, der ist explodiert. Auf die Rübe. Ja, komm schon. So, irgendwo vielleicht noch einer Raum. Ja, genau hier. Ja, da. Ha, wir treten siegreich vom Platz. So, jetzt müssen wir erstmal... ...den legendären Rust-Double finden. Ach, hier mit eurer Roboterrüstung. Könnt ihr mal kreuzweise? Scheiß weg. Ich finde, die Roboterrüstung hätte man noch irgendwie cooler gestalten können als... Naja, man sieht irgendwie eher aus wie so ein wandelnder... ...wandelnder Protektron. Wo ist denn jetzt dieser blöde legendäre Typ? Oh, ich hasse es. Jetzt finde ich den wieder nicht. Der muss doch hier in der Nähe liegen. Irgendwo hier habe ich ihn noch umgenietet. Das ist er nicht. Da liegt eine Waffe. Menschenskind. Wo ist er denn? Ne, das ist... ...der Roboter. Das ist er nicht. Mal gucken. Da liegt nur Blut. Ne. Das ist der normale... ...Stummgewehr. Der wird doch wohl nicht da runtergekullert sein, oder? Ja, ich hasse das, wenn das passiert. Wenn dann... ...wenn dann... ...wenn dann die legendären... ...Leichen einfach verschwinden. Auf unerklärliche Weise. Das gibt's doch nicht. Mann, oh. Ach, dann halt nicht. Scheiß drauf. Kein Zelt für sowas. Wahrscheinlich war's eh nix gescheites. Ah, da ist nix. Na ja, wenigstens haben wir unseren Auftrag erledigt. So, bin zurück. Hallo. Alle Gule tot. Ich hab diese lästigen Gule erledigt. Oh. Wirklich? Ja. Das sind großartige Neuigkeiten. Nicht wahr? Wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Sprech mit Preston Gabby. So, dann kann ich mir das Dimpack hier klauen. Hehe. Musst du irgendwas? Nee. Gut. Ja, hätten wir das geschafft. Kleidung. Schwer. Ah. Cool. Ich möchte die Rüstung nur noch anpassen. So. Ja. Gut, die halbe Stunde ist fast erreicht. Hallöchen. Oh je. Geht direkt auf mich los, Mistvieh. Oh nein. Hoch. Oh nein. Wieso? Ah, jetzt. So, ich werde das nochmal ganz kurz gucken, ob da hinten noch was brauchbares ist. Oh. Aber ich glaube nicht. Aber guck. Oh. Hallo. Konnte auf einmal ständig nachladen muss. Oder möchte. Will. So. Oh. Das klingt nicht gut. Ja. Ja, Meierlerk. Ja, egal. Ach, die liefern sich hier gerade einen Kampf mit wilden Ghoulen. Cool. Aber ich werde das mal ganz gerne mal abkürzen. Warte mal, ich habe da noch was. Da, 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 da. Das wäre ja das Raketenwerfer. Da. Bäh. Bäh. Wir dürfen nicht anzusabbern. Ach, guck mal. Minuteman. Ach, mir geht's gut. Ja, damit. Ah, mir geht's gut. So. Na, komm. Mach mal. Ach, hier einfach. Voll drauf. Und noch einen. Jawohl. Ich bin jetzt viel zu selten. Raketenwerfer, Fat Manz und so Sachen. Gut. Aber wir haben es geschafft. Ja, der tote Minuteman hier, leider. Hier haben wir ein Bett. Könnte man eigentlich mal ein Nickerchen machen, dann. Naja. Auf jeden Fall. Mache ich jetzt hier Schluss an der Stelle. Und dann danke ich fürs Zusehen. Und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge Fallout, die dann. Ja, genau. Egal. Gut. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Macht's gut. Und bis dann. Ciao, ciao.